Jo Leute, was geht ab Diggi? Mein Name ist MontanaCat. Viele von euch kennen mich aber als MontanaBlack, ja. Ich bin eigentlich ein berühmter YouTuber, Diggi. Ich mach viele Videos, ich hab ein Energy rausgebracht, der heißt GoNergy, get on my level und so, ja Diggi. Miau Diggi, miau, miau. Viele von euch fragen sich, MontanaBlack, warum bist du jetzt ne Katze? Ja Leute, ich heiße jetzt MontanaCat. Ich bin jetzt, ich bin jetzt nicht mehr MontanaBlack. Diggi, hört zu Diggi. Ich bin reich, ich hab Fame, ich hab alles, was ich will im Leben, okay Diggi? Habt ihr zugehört, Diggi? Diggi, irgendwann hat man die komplette Reizüberflutung. Man weiß nicht mehr, was man haben soll, was man machen soll, ja Diggi? Ja Diggi, deswegen bin ich ne Katze geworden, weil dieses Katzen-Seine, Diggi, das gibt mir eine Bestimmung. Wo ist meine Wape? Ich brauch ne Wape, Diggi. Ich bin von ohne eine Katze, Leute. Ja, technisch gesehen bin ich ein Furry. MontanaFurry, ja. Aber nennt mich MontanaCat, Diggi. Also, ich brauch erstmal ne Wape, Diggi. Oh mein Gott. Ey Omi, hol mir ne Wape, Alter. Wo sind die Wapes, Omi? Wapes, Omi. Oi, 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 ich brauch ne Wape, ich brauch ne Wape. Omi, wo sind die Wapes? Diggi, Omi, Diggi, wo sind die Wapes? Omi, wenn ich keine Wapes finde, ne? Du weißt, was mit dir passiert. Du weißt, was mit dir passiert. Ach, Diggi, ich finde hier keine Wapes. Omi, ich bin MontanaCat, verdammte Scheiße. By the way, Leute. Wie ihr wisst, ich bin ja jetzt MontanaCat. Abonniert mal alle meinen neuen Channel, Heizen, okay? Abonniert die mal, Heizen, bester YouTuber. Weil da kommen krasse Videos. Besser als von MontanaBlack. Weil ihr wisst, was ich meine, ja? Bei MontanaBlack, was mach ich hier? Ich mach nur Reactions. Ja, aber Scheiß-Reactions sind langweilig. Diggi, wo ist los, Diggi? Boah, Diggi. Boah. Ist hier Gönnergy drin, Diggi? Ist hier ne Wape drinne? Ich seh dir leider nix, Diggi. Scheiße, Alter. Omi. Omi, Gönnergy. Diggi. Ja, Diggi. Ja, guck mal. Ja, ich schiebe. Omi, ich hab dir gesagt, Omi, einen Wape. Wo ist die Wape, Diggi? Omi, hättest du mir einfach nur einen Wape gebracht. Wir beide hätten geraucht, eh? Wir beide wären jetzt so gecruised. Wir wären als Obi-Dubi. Diggi. Diggi, Diggi, Diggi. Alter. Omi. Ja, komm her. Komm her. Ja, hau. Hau drauf, Diggi. Oh mein Gott, die Omi ist schon bekifft. Ihre Augen sind dro... Oh. Oh. Oh, Diggi. Ja, Omi, ey. Das war eben gerade, ja? Mein Verhalten war ein bisschen extrem, Diggi. Ja, wir haben jetzt keine Wape, aber ey. Ich bin süchtig. Ja, ich bin süchtig. Ich bin ein mentaler Cat. Ich bin... Oh mein Gott. Süchtig nach diesem ganzen Zeug, Alter. Machen wir jetzt... Ich mach mir was zu essen, okay? Ich bin Montana Cat. Ich hab Hunger. Ja, machen wir an. Okay. Okay, Diggi. Unterschätz mich nicht, Leute. Ich bin Montana Cat. Und ich kann leckeres Essen machen. Ja, wir gehen jetzt hier... Was haben wir hier zu essen? Scheiße, Diggi. Ich gucke nach Zutaten. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, ein Fisch. Montana Fisch. Verdammte Scheiße. Alter. Es war keine Wape, aber es ist trotzdem gut. Es ist Nahrung. Eine Wape wäre besser gewesen, weil ihr wisst, ich bin Montana Cat. Ja. Damit ihr es nochmal wisst, Leute. Ich bin Montana Cat. Ja. Abonniert Hesern. Oh mein Gott. Wir machen uns jetzt einen leckeren Gönner, die Fisch. Oh, lecker. Oh, es daftet. Omi. Komm her, Omi. Essen ist gleich fertig, Diggi. Diggi. Essen ist gleich fertig. Umdrehen. Uff. 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 Omi, wo bist du? Oh, verbrannt. So mag ich es am besten. Omi. Omi, das schmeckt nicht. Ich gebe dir das Essen lieber. Omi. Miau, 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 miau. Mein Name ist Montana. Montana Aller Cat. Omi, lan. Omi, Diggi. Omi, Diggi. Diggi, Omi. Omi. Ich habe hier Fisch. Ja. Für meinen vereinten Freund, Diggi. Ich will mich entschuldigen. Ja, ich bin respektvoll. Ja, ich wurde erzogen. Ich bin respektvoll gegenüber den Älteren, Diggi. Also mag mal sein. Ich habe hier ja gemacht einen leckeren... Einen leckeren Fisch. Omi. Omi, das kann doch nicht wahr sein, Omi. Jetzt komm, Omi. Das ist gesund Vitamin D und so. Vitamin C. Ich spuck hier noch ein bisschen rauf, damit das hier leckere Katzen-Geschmack noch kriegt. Oh nein, das ist... Das ist Gunnergy-Geschmack. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Diggi. Das ist der neue Geschmack. Das ist Gunnergy. Das mit der Gunnergy Cat Edition. By the way, Leute. Abonniert Heizen. Oh mein Gott. Omi, jetzt steck rein in den... Jetzt steck rein in den Aal. Jetzt ess den Aal. Jetzt komm. Omi. Mach mich nicht wütend, Omi. Verdammter Scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, Diggi. Oh, verdammter Omi. Oh mein Gott, Omi. Du bist fett geworden. Mach mal eine Defi-Phase. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Omi. Omi, verdammter Scheiße, Omi. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Omi. Dann ess ich den Fisch alleine, Diggi. Omi, du willst ja keinen Fisch haben. Omi. Ich bin zur Montaner-Kette, ne? Komm her, Omi. Komm her. Oh, verdammter Scheiße. Ich such mal weiter nach einer Vape. Ich sollte mich nicht mit der Omi anlegen, Diggi. Ja. Ja, Montaner-Kette ist nicht die sportlichste Person. Lustig ist hier auch nicht so richtig. Das ist ja eine objektive Meinung. Vape? Haben wir hier eine Vape? Omi, das war aus Versehen. Sorry. Ich suche nach Vapes. Omi. Omi. O, Gönnagy-Attack. Gönnagy-Stripe. Omi, ich werde jetzt alles zerstören. Alles zerstören, was du liebst. Ich werde jetzt Bücher wegwerfen, Omi. Ja, du siehst. Du gründest ja so schön, ne? Haha. Zehn Bücher wegschmeißen. Omi. Hast du nicht gesehen, oder, Diggi? Diggi, die Bücher hast du noch niemals gelesen, Diggi. Ja, tut mir echt leid. Oh, haha. Oh, voll ein Versehen, Diggi. Omi, weißt du auch mal, was denn Versehen ist? Hä? Oh. Oh. Das ist ein Versehen, Diggi. Mach mal jetzt Spagate, Alter. Mal eine Dehnübung. Hey, wer ruht für dich? Warte. Warte. Oh mein Gott, ich muss wieder. Oh, Diggi. Omi. Oh mein Gott, ich bin Montanmerkert. Ich muss scheißen. Ah. Ah. Ich bin Montanmerkert. Und keiner kann gegen mich was machen. Jetzt komm her. Na, fang mich doch. Oh, Diggi. Oh, Diggi, ich bin Montanmerkert. Viele wissen gar nicht, dass ich so schlecht bin. Viele wissen nicht, dass Montanmerkert eigentlich ein Athlet ist. Nee. Ich muss was beichten, Leute. Ich bin eigentlich nicht Montanmerkert. Ich bin Montanmerkert. Ich bin Montanmerkert. Oh ja, duuut. Katzen YouTube. Guck mal, Diggi. Das war mein Rasingan, Diggi. Rasingan mit Gönnergy. Hahaha.